herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch matrix die komplette trilogie alle weiteren informationen zu diesen filmen und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zu den filmen und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung matrix die komplette trilogie wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich film jawohl wie der name vermuten lässt haben wir hier die trilogie von matrix also alle drei filme und zwar hier lesen wir es matrix matrix reloaded und matrix revolutions das ganze kommt hier in seiner karton box in seinem stabilen schuber case hier oben haben wir einmal so die hauptcharaktere abgebildet dann alles hier in dieser schwarz grünen matrix optik in diesen codes das ganze ist hier auch jetzt eine hochglanz optik spiegelt sehr stark the complete matrix trilogy lesen wir hier also die box englisch beschriftet ansonsten rund um eben diese code und dieses design wirklich auf allen seiten und hier haben wir dann die drei teile matrix aus dem jahr 1999 dann matrix reloaded aus dem jahr 2003 und revolutions aus dem jahr 2003 ja die sind beide tatsächlich im selben jahr erschienen reloaded also matrix reloaded das ist der teil 2 der ist im mai 2003 erschienen und matrix revolutions das ist teil 3 im november 2003 so dann holen wir die ganzen filme mal raus box ist jetzt leer und dann schauen wir mal also es geht los natürlich mit teil 1 das ist dieser hier matrix das ist das cover auf der seite so und auf der rückseite lesen wir natürlich was uns erwartet von der handlung aber wir haben auch natürlich jede menge specials also bonus inhalte und dann hier noch die technischen daten zum film barcode das ganze ist ab 16 jahren freigegeben so booklet oder irgendwas haben wir hier nicht mit dabei das ist hier leer das ist die blu ray von teil 1 dann haben wir teil 2 das ist in diesem fall matrix reloaded auch hier wieder die drei bekanntesten herrschaften beziehungsweise zwei herrschaften und eine frau so auf der rückseite auch hier natürlich wieder die infos was sich hier alles befindet jede menge bonus inhalte ok so das ist teil 2 und als letztes haben wir dann matrix revolutions teil 3 mit seinem split cover hier also vier einzelne teile auch hier wieder die ganzen infos und so sieht das hier von innen aus ja also drei blu rays hier in dieser box matrix revolutions matrix reloaded und matrix das alles in dieser wunderbaren box matrix die komplette trilogie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von den filmen beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die filme feiert falls ihr matrix unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao bis zum nächsten Mal